Im Grunde genommen führt das dahin, dass wir also auch eine Soziologie von Maschinen im Grunde genommen entwickeln müssen, also von interaktiven, sozial interagierenden Maschinen. Die Entwicklung geht also von der künstlichen Intelligenz hin zu künstlichen sozialen Systemen. Und bei diesen künstlichen sozialen Systemen, da wird es alle Formen geben, dass also Computer mit Computern interagieren, Roboter mit Robotern, aber auch Roboter und Menschen, Menschen und Computern, also das wird alles letzten Endes durchmischt sein. Und es gehen die Überlegungen in die Richtung eben auch zu verstehen, kann man bestimmte Entscheidungsprobleme, in denen Menschen in der Vergangenheit Fehler gemacht haben, die zu Staus oder Marktversagen, Finanzcrash und Ähnlichem geführt haben, kann man das überwinden, indem man gleichzeitig quasi Computeragenten mitwirken lässt in dem jeweiligen System. Und das ist wahrscheinlich sogar der Fall. Das heißt, man kann also Computeragenten nutzen, um Systeme zu stabilisieren, die ansonsten unkontrollierbar würden.